Mama, schau! Ja, super! Mach' schau! Kleine! Ja, alleine! Mach' schau! Mach' schau! Mach' schau! Mach' schau! Ja, super! Mach' mal schau! Ja, klein! Ganz klein ist es! Schau! Meine Freundin kommt! Ja! Eine Elvis haben wir vergessen! Wie heißt? Jennifer! Mama! Hallo, Jennifer! Masha! Eine Elvis haben wir vergessen! Wir sind da im Alter! Oh ja! Auf fünf Jahren! Das ist ganz ein hübscher Pupp! Ah, den! Nein! Elvis! John! Elvis, John! Bitte empfehle mich! Nicht weiter! Nein! Schau! Jetzt kommen sie zu dir! Ne! Ich kenne mich schon! Ich kenne mich schon! Der kann von! Masha! Pupplele! Wie heißt er? Masha! Wer? Ich kenne mich, wie heißt er? Der Huf? Luigi! Luigi! Ja, Luigi! Lütschi! Das ist Chinesisch! Lütschi! Lütschi! Das ist chinesische Brüchte Lütschi! Iltschi, oder? Ja! Iltschi! Da sind wir dann nicht schön rein. Ich glaube, die zwei Männer schauen so wie das Feuer klappen. Die Kohle muss erst gelohnt. Wer ist denn das? Ha? Wer? Dein Lüpfel-Softi. Bravo! Wie heißt das? Ich mag die Schirr-Bee. Ich mag die Schirr-Bee. Ich mag die Schirr-Bee. Das ist toll.